Keine Dinge direkt zu klären, ihr habt gesehen, der Bré, böse Mann, ich küsse sein Herz, ich küsse sein Herz. Ich habe vorhin mit ihm geredet, er ist, also wir haben gesprochen, um sämtliche Fitten aus dem Weg zu räumen. Alles ist cool, er ist ein guter Mann und da ist nichts mit Streit oder so, da ist alles cool. Er wollte sich messen und ich habe gesagt, wir machen das, ist gar kein Problem. Allerdings, wie ihr dem Bruder Cashmo gehört habt, das ist unsere persönliche Meinung, ist jetzt auch kein Angriff oder so, aber wir wollen halt nicht gerne mit den Veranstaltern zusammenarbeiten.